so ja jetzt noch mal y unten und da ist kein Level ich hab's von Anfang an gesagt die Schiedes hier kannst du dir dann die Dinger aussuchen welchen willst du denn mal Frosch und nein ach guck mal wir hatten die noch lol und da kann man sich halt ein paar Ups holen aber hat man die dann am Ende ich weiß es nicht ich glaube aber es ist nur zum Spaß so toll das ist nicht doof das ist doof das ist doof das ist voll gut das ist überhaupt nicht doof ja ist doch spaßig kannst du die Level mal erforschen die man so spielen kann mit den Tieren das ist nicht doof sagst du dazu aber du hast dich ja schon mit abgefunden ne ja tja toll schaffst du meinen Rekord nicht mehr kriegst du den mal zwei nicht, du Lug, ey nein scheiße nee, schaue ich nicht mehr Zeit, schneller, schneller, schneller yes, ey, ja das hätt ich so geohnt, ich hätt siebenhundert gehabt du hättest mich überhaupt nicht hast du meinen zwei bekommen? nee, das ist nämlich gar nicht anders möglich es ist nicht möglich mehr als meine Punktzahl zu kriegen, wenn man das äh, zwei noch mit einsam macht das war jetzt unser letztes Play das war unser letztes Play wenn ihr wollt, entscheidet wer besser war, ich natürlich ja, du hast zwei Level mehr oder so ja, aber ein paar habe ich auch geliecht, glaube ich ja, siehst du aber du hast mehr geliecht du hast jeden Boss geliecht damit jeder ich habe jeden Boss damit an jeder Welt deinen Kopf kommt ja gut, beim letzten Boss, da sehe ich einen da habe ich Mist gebaut aber der Rest, ey da warst du einfach eine dreckige Frage und komm, mach ich genau ok, wir sehen uns im nächsten Let's Play tschüss tschüss tschüss